Guten Morgen aus Berlin. Es ist Sonntag, der 26. Juli, 10.45 Uhr und ich wurde heute mit den Sängen einer Dame hier geweckt. Wir haben, glaube ich, neuerdings eine Opernsängerin oder sowas hier im Haus, die die Tonleiter immer hoch und runter singt. Das erinnert mich ein bisschen an meine Zeit in der WG, in der Schöneberger WG mit Delfin und Holger. Aber, hm, ja, es ist noch nicht ganz so schlimm wie da. Also da haben die ja auch noch Klavier dazu gespielt, das haben wir ja manchmal auch. Aber in einem Maß, das erträglich ist. Also nicht jeden Tag vier Stunden, so nach dem Motto, sondern jetzt nur punktuell, so ich es halt mitbekomme. Und heute um 10 Uhr war es dann halt wieder soweit, Fenster war offen und dann flötete sie da rum und, ja, war eigentlich auch ganz angenehm, so geweckt zu werden. Äh, ja, heute ist Sonntag, wie gesagt. Wir haben es kurz vor 11. Ich werde gleich erst mal mehr Frühstück organisieren. Und gegen 13 Uhr fahre ich dann nach Spandau, um dort von Andreas abgeholt zu werden. Denn um 14 Uhr ist heute wieder ein Brettspielnachmittag bei Dirk und Joe zu Hause in Falkensee. Das ist immer ein Stückchen weiter raus. Könnte ich auch mit dem Zug fahren und den Rest laufen, aber Andi nimmt mich halt von Spandau dann immer mit. Und vielleicht schaffe ich es ja zeitlich auch mir dann noch ein kleines Eis bei Florida Eis zu holen. Mal gucken. Äh, wettermäßig ist es recht angenehm in Berlin zur Zeit. Also keine 30 Grad, sondern eher um die 20, vielleicht ein bisschen mehr. Und seit gestern Mittag, Nachmittag stürmt es hier und windet es ziemlich doll. Also, als ich gestern mit Julia auf der Couch saß und Serien geguckt habe, postete der Wind ziemlich stark und, äh, war etwas beängstigend, äh, als er so gegen die Fenster gedrückt hat auf dem Balkon. Flog dann der Sonnenschirm so ein bisschen hin und her und vielleicht kann man es auch leise hören. Es klappern immer wieder die Vorhänge gegen die, äh, ja, Fußleiste. Ja, es ist halt, äh, etwas herbstlich momentan in Berlin, aber ich finde es noch okay. Es ist nicht eisig keilt und es regnet zum Glück auch nicht. Von daher ist das in Ordnung. Ja, also, ich bin dann heute Nachmittag beim Brettspielen, werde heute gegen 18, 19 Uhr, schätze ich, mal wieder zu Hause sein, äh, dann werde ich noch ein bisschen was arbeiten. Ich habe noch zwei, drei Projekte, die ich jetzt seit Freitag vor mir herschiebe und die muss ich dann heute mal erledigen. Und heute Abend dann vielleicht wieder zocken oder Serien gucken oder beides. Mal gucken, was der Tag noch mit sich bringt. Äh, ja, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag, äh, macht was aus dem Tag und ich melde mich dann morgen Vormittag wieder bei euch. Sehr wahrscheinlich zwischen Sport und Arbeit. Also, bis dann. Ciao.